Hallo Leute, ich zeige euch in diesem Video ganz kurz, wie ihr dieses Rätsel mit diesen Blitzsonden lösen könnt. Da jetzt diese zwei Blitzsonden nebeneinander sind, ist es relativ schwer, ich zeige es euch mal, es ist relativ schwer, jedes einzelne zu bewegen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel mit diesem Elektroerz getriggert und wie ihr seht, hier oben gibt es noch ein Blitzerz und damit können wir das andere triggern. Natürlich könnt ihr das auch mit Beidou machen, aber ich weiß nicht, ob jeder von euch Beidou hat. Okay, vielleicht können wir das sogar hernehmen. Deswegen zeige ich euch es jetzt auf dem herkömmlichen Wege. So, und geschafft! Also haben wir das Rätsel hier in Tatarasuna gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis demnächst, ciao! Bis zum nächsten Mal.